Gefahren sind besser als Debuff. Wir haben ein Spiegelschild. Hier ein Artikel unten erhält plus 2 Block. Wenn Schaden genommen wird die folgenden Elemente für eine Runde deaktiviert. Was heißt für jeden Artikel unten drunter? Was ist das, wenn ich das mache? Weil zu wenig Geld. Gut, dann gehen wir erst einmal... Kiste und Gold, oder? Ja, Kiste und Gold. Die Erfahrung bringt uns eh nichts. Ah, Hallöchen. Schnapp, 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 schnapp. Uh, wie schnell der schmilzt. Schnapp, schnapp. Ähm, wir wollen... Was wollen wir denn? Wir wollen irgendwas mehr haben. Schuh. So. Hatte es erhalten. So. Ich wollen wir alle nicht. Jetzt rausgetappt. Dann ist das Geld. Dann hier. Saar. So. 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 Eines, zwei, drei. Regeneration. Sauber. Und hier hinten. Egal wie wir alles erstes wegmachen. So, den da vorne. er ist weg regeneration buch einen strom dahin fertig lange lebst du eh nicht mehr da ich doch gewonnen hat es ring für zehn leben aber sonst nö nischt weiter ja hier war ja was du bist weg nicht aber wenigstens weniger schaden wir brauchen nichts doch wir brauchen den verdoppeln stimmt ja hier nichts weiter generation b generation buch knöp knöp das ist das wäre blöd wie viel schaden kriegen wir in acht nehmen die acht schaden regeneration generation regeneration weiter jetzt macht es richtig spaß den motor zauberstab verdoppeln weil das was ich jetzt zuvor habe ist nämlich richtig richtig lustig so du raus du hier hin wir müssen halt bloß aufpassen dass wir genügend regeneration rein kriegen mit dem buch müsste es gut möglich sein und dazu noch das schild wie kriegen wir das schild jetzt rein ich brauchen wir der schuh kommt da hin wir können eins der messer mittlerweile bekommen wir gehen jetzt auf voll verteidigung und nur noch damage hoch also nur noch AOE damage wieder rüstung leitfähig machen wir haben kein ring das heißt wir gehen wieder das heißt wir gehen Der macht 10 Schaden, passt. Der macht 11 Schaden. Dann nehmen wir auch noch. So. Regeneration, Regeneration. Angriff, Angriff, Angriff. Eine Regeneration. Wir schneiden uns durch. Gemeinsames Element, was wir vervielfältigen wollen. Den Stab. Neues Level. Ähm. Fertig. Items erhalten. Du kommst da raus. Du jetzt hier hin. Theoretisch wollen wir dich neben der Rüstung haben. Du da hin. Du da hin. Zauberstab. 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 Guck. Guck. Hier hin. Guck. 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 Oh, bin ich froh, dass ich den Hotkey eingerichtet habe. So, du hier hoch. Dich können wir sogar so hinlegen. Dann kriegen wir die Machete nochmal mit rein. Und können jetzt weiter. Heilung. Ja, Heilung ist nicht schlecht. Wow. Wir haben einen Malerstein zu wenig. Nee, der unten ist er. Au. Oh, dafür sind alle weg. Was wollen wir verdoppeln? Den Hut. Ja, mit dem Hut. Jetzt nochmal ein Zauberstab. Zauber, 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 Messer, Messer, Sense. Regeneration, her damit. Hätten echt alle jetzt wegkriegen können. Hätten echt alle wegkriegen können. Ach, nein. Ich hätte nicht. Ähm. Haben wir noch einen Schuhhut? Brauchen wir nicht. Ist ein Schild? Nein. Also, eins, zwei, drei. Zaubern einmal. Pumpen wieder Energie rein. Einmal alles durch sind. Hier. Du kriegst Damage ab. Er macht zwölf Schaden. Was können wir ausfallen lassen? Ich auf jeden Fall nicht. Den Block. Ja, den Block können wir ausfallen lassen. So, Sense. Den hier können wir wegmachen. Au. Geht da noch. Juhu. Juhu. Items erhalten. Wir haben... Erzeugt ein Mannerstein für Glück hinzu. Nichts. Wie viele Gegner willst du vorher? Ha 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 ha. Ja. 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 Au. Nein, doch nicht. Items erhalten. Was soll denn hier? Ein Haves to Kill verwendet werden. Neh, mal mit. Ich brauche halt das Leben. Eins, zwei, drei, Vingeration, Buch, Sense. Hier macht uns schwach. Du schaltest halt bloß mal den Hut hier aus. Einmal einsetzen. Eins, eins. Wie machen wir das? Wie machen wir das? So. Der ist durch Feuer weg. Gut. Regeneration, Buch. Heute zweimal. Ach, der ist ewig. Und meistens nicht mal zu der dritten Runde. So. Ein Energie mehr. Endlich. Für fünf Lebenspunkte haben wir uns bis hier hingeschlagen. Fahrung. Hier haben wir. Einmal erscheinen. Angrenzende oder diagonale Manascheine werden zerstört. Angrenzende oder diagonale Manascheine werden zerstört. Umher. Was haben wir da? Oh. Ich kann noch zweimal geschmiedet werden, das heißt sechs Schaden hier schon mal drauf. Drei Schaden zu einer Waffe hier. So, hier wollen wir hin. Weil zwei Kisten sind besser als eine Kiste. Trotze. Hochkiste. Geschenk und Verpflichtung, Schaden und seiner Waffe hinzu, gefügt und schwer, fügt Waffe, Piercing hinzu. Aber für jeden Gegenstand dieser Reihe minus einen Schaden, fügt sie drei Block hinzu. Die Reihe ist so, zurück mal. Drei plus schwer? Da kann eh nicht mehr geschmiedet werden. Nö. Nein, danke. So, dann auf zum Endbus. Ja. Gefrorenes Herzfinale. Dann hoffe ich mal, dass das Fragezeichen hier unser, äh, Daddy ist. Dich kennen wir ja schon. Hallo, meine Lady. Dich werde ich sehr, sehr gerne haben, da du es relativ egal bist. Du spornst zwar irgendwann ein Gegnerchen. Dein Fluch kostet mich 13 Schaden. Irgendwas, was wir jetzt gerade nicht brauchen. Dich. Was machst du? Ersetzt durch eine Verwünschung. Gefügt dir zwei. Wir setzen den einfach nicht so allein. Hab, zwei Gift. Keine Energie mehr. Können wir einmal auffüllen. So. Ich wollte schon den Zug beenden. Da ist abgehoben. Die gutste. So. Energie hinzufügen. Kostet jetzt, eins, eins, zwei. Und jetzt soll mal ein bisschen Energie reinpumpen. Die Generation Hochwaffen. Eins, zwei. Wie machen wir jetzt mittlerweile? Wir brauchen halt jedes Mal noch ein bisschen Lebenspunkte. Lebenspunkte. Die Kommandern sind weg. Die Kommandern sind weg. Wir haben den Run geschafft. Juhu. Eins, zwei, drei. Äh, eins, zwei bloß. Noch ein, zwei, drei. Noch ein Dreier-Mana-Stein. Drei Uhr. Können wir dich mitnehmen. Du machst... In der letzten Runde, keine Waffen benutzt hast. Naja, wir benutzen nur Waffen. Daddy. Daddy. Hörs. Dad. Geht's dir gut? Haben Sie dir wehgetan? Mir geht's gut, mein Schatz. Gott sei Dank. Du bist rechtzeitig gekommen. Ich hatte wirklich Hunger. Ernsthaft? Dir hätte irgendwas passieren können. Ich habe mir keine... Ich habe mir keine Sekundesorgen gemacht. Du bist in den letzten Monaten so stark geworden. Als sie mich mitnahm, wusste ich, dass du kommen würdest. Wir haben echt lange gebraucht, um dich zu finden. Ich... Ich habe mir ehrlich gesagt mehr Sorgen um sie gemacht. Ich wusste, du würdest nicht zimperlich mit ihnen umgehen. Als du hier das erste Mal hingegangen bist, hast du mich angelogen. Erinnerst du dich? Du hast gesagt, du erkundest nur den Eichenwald von Orkshire. Aber ich wusste, du wärst ehrlich gewesen. Ich hätte dich unterstützen sollen. Ich hätte dir das Gefühl geben sollen, dass du mir alles sagen kannst. Es tut mir so leid, dass ich mir Sorgen um dich gemacht habe. Du bist stark und ich glaube an dich. Ich bin einfach bloß froh, dich wiederzusehen. Was? Ich habe hier etwas gefunden. Ich weiß nicht warum, aber ich kann spüren, dass es mit deiner Mutter verbunden ist. Ich kann ihre Nähe fühlen. Es ist diese Tür. Lass es mich dir zeigen. Ich sehe Symbole für fünf verschiedene Rucksäcke am Rand. Vielleicht können deine Freunde dir helfen, sie zu öffnen. Wenn fünf Helden so tief runterkommen können. Vielleicht können wir sie öffnen. Wir haben doch alle fünf. Oder weil wir Dings noch nicht eingesetzt haben. Weil wir mit Dings noch nicht so weit tief gekommen sind. Mit dem Roboter. Juhu, wir haben den Käse. Das heißt, als nächstes wird es ein C3PO ran. Es hat eine lange Zeit gedauert, rumpelnd zurück in die Stadt zu kommen. Ich werde Alpenhörs. Entschuldigung. Ich mache mir ausdreckt. Ich bin so froh, dich zurückzuhaben, Papa. Entführt zu werden war viel einfacher. Sie haben mich den Großheld des Weges getragen. Papa! Weißt du, es ist komisch. Vor kurzem wäre ich bei so etwas absolut erschrocken gewesen. Aber aus irgendeinem Grund fühle ich mich so cool wie eine Gurke. Es lag an dir, Purse. Ja, wenn man den Gurke in den Kühlschrank tut, dann ist sie cool. Du hast mir bewiesen, dass du auf dich aufpassen kannst. Du hast mir bewiesen, dass du eine Heldin bist. Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass du mich retten würdest. Und jetzt weiß ich, dass du es schaffen kannst, Purse. Du kannst deine Mutter retten. Du musst all deinen Freunden helfen, da runter zu kommen. Ich spüre deine Mutter hinter dieser Tür. Du kannst sie retten. Du hast es geschafft, Purse. Ich wusste, du würdest es schaffen. Es ist schön, dich und Mama wieder zusammenzusehen. Du hast keine Ahnung. Ich bin nämlich schon seit Monaten auf dem Trocknen. So. Jetzt machen wir mal ganz schnell Kuki Kuki. So, hier du nicht, du nicht. Hier ist nichts weiter. Hier sind wir auch durch. Ja, mit dir kommen wir noch hin. Es ist so toll. Louis wieder zu haben. Blablablabla. Jetzt muss ich nur noch meine Mom finden. Das Leuchtfeuer hat ein neues Ziel gefunden. Ein Reich rein. Ein reicher, reiner Chaos, tief unter dem untersten Teil des Dungeons. Könnte das meine Mom sein? Könnte sein. Solange das Chaos im Herzen des Dungeons bleibt, sind wir in Gefahr. Das Böse wächst dort und bedroht uns weiterhin. Alle, die vom Dungeon aus erwählt werden, müssen in die Tiefen gehen. Und um die Korruption dort zu besiegen, Bist du bereit, den Herausforderungen im Herzen des Dungeons zu begegnen? Stachel ist bereit, dich zu treffen. Er singt immer von seiner, äh, deiner ultimativen Quest. Tod hat die Wissen über die Tiefen geteilt. Ich weiß, sie ist bereit. C3 hat noch keine Subroutine für die Tiefen. Es muss die Tiefen, äh, er muss die Tiefen, nicht es. Er ist ein Roboter. Bevor es bereit ist zu helfen. Oh, shit, hat den Dungeon, äh, kennt den Dungeon besser als wir alle. Sie kann dich dort treffen. Hilf den verbleibenden Mitgliedern, die Tiefen des Dungeons zu erreichen. Nur dann kann Underia gerettet werden. Ja, ist ja okay, Mami. Nee, nicht Mami. Oh. Irgendwas. So, hier. Fisch, Getränke, Fisch. Nein, 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 nein. Nicht. Hier ist auch nichts. Irgendwas mit Items. Ah, jetzt durch den Weg kommen wir jetzt also bis dahin. Nö, 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 nö. Hier, nix. Das ist nicht angeschlossen. Aber auch nichts. So, alles verkaufen. Und dann, tschüss. Äh, klick. Hast du denn was Neues zu lesen für mich? Forschung. Ach, lies. Ah, hier ist etwas zu lesen für mich. Aus Feuer geboren. Oderia wird im Feuer geboren. Umhüllt von, äh, umhüllt von der Umhang der Flammen. Äh, umhüllt von der Umarmung der Flammen. Verloren. Ruhige Herrschaft des Ordens. Die Welt in Flammen ungezähmt. So ein seltsames Brennen. Habt ihr jetzt in Versitzung? Hast du noch mehr zu lesen für mich? Nö. Nö, 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 nö.